Willkommen zu One Book, One Review. Meiks Klassenkameraden werden vorgestellt und welchen Stand er bei ihnen genießt. Zwei Personen treten dabei in den Vordergrund. Tatjana, das schönste Mädchen der Welt. Und Chick, Andrei Tchichatschow, der neue und geheimnisvolle Mitschüler. Zu Beginn der Sommerferien feiert Tatjana ihren Geburtstag und Mike ist nicht eingeladen, was das Ende der Welt für ihn bedeutet. Doch es ist der Anfang eines großen Abenteuers. Verschiedene Ereignisse führen dazu, dass Chick und er auf große Fahrt gehen. In einem geborgenen Lader machen sie sich auf den Weg in die Wallachai. Auf ihrer Reise begegnen sie seltsame Menschen und entwickeln eine innige Freundschaft zueinander. Der Roman fängt, wie gesagt, super spannend an. Und auch die erste Hälfte ist fesselnd und lockt schon mal eine Nähe von den Lippen. Leider schafft es Herndorf nicht, dies bis zum Ende aufrecht zu erhalten. Bereits zu Beginn des Roadtrips setzt die Spannung nach. Und trotz all der Abenteuer, die die Jungen erleben und der verschrobenen Persönlichkeiten, denen sie begegnen, verliert die Erzählung an Biss. Mike verliert sich immer mehr in Gedankengängen und schweift ab. Als dann endlich die Auflösung für die Anfangsszene kam, war ich enttäuscht, da diese nicht meinen Erwartungen gerecht wurde. Danach zog sich das Buch noch über einige Kapitel hin, bis es schließlich alle Erzählstränge beendet hatte. Was mir besonders gut am Anfang gefallen hat, ist wie Herndorf die Familiengeschichte unseres Helden beschreibt und wie er auch den Leser darauf aufmerksam macht, welche Mängel im Erfassen von Situationen seinen Erzähler hat. Mike ist kein vertrauenswürdiger Erzähler. Er neigt zur Übertreibung und Dramatisierung. Was zeitweise sehr amüsant ist, an anderer Stelle eher amüden wirkt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Darstellung der Freundschaft zwischen Chick und Mike, wie sie sich aus dem Nichts in recht kurzer Zeit zu einer engen Bindung entwickelt. Ich hätte mir gewünscht, dass der Roman die anfänglich fesselnde Wirkung es zum Ende hätte durchhalten können. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr unterhaltsame Geschichte. Currently I'm reading The Ape House by Sarah Gruen. Thanks for watching One Book One Review.